Abends, 6 Uhr in Deutschland, Zeit für Crownys Video! Nö, 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 ich geb hier auf jeden Fall keine Props an irgendjemanden, Alter. Auf jeden Fall keine Abonnenten absnacken, Digga, bei den harten Zeiten. Zalinko könnt ihr auf jeden Fall vergessen, wollte ich nur von vorne rein sagen. Ja, Freunde, da seht ihr auch direkt im Schaum zu sein Gesicht. Und jetzt geht's los hier im Göble! Alter, das ist überhaupt... Ich werd jetzt auf jeden Fall den übelsten Diss-Track über Crowny rausbringen, Alter. Real-Life-Bild ist auf meinem Kanal, Alter. Kurwanath-Rogin-Conce, maskiniale BIM, mein Freund. Ja, so schau's nämlich aus. Äh, ja, jetzt würd ich sagen, wir haben nur hier noch eine ordentliche Runde. Geht jetzt los? In Anführungszeichen. Ja, warte, ich büte mich. Geht's jetzt los, oder was? Äh, klar geht's los. Ja, Abfahrt, oder? Ja, ja, würde ich schon sagen. Ja, Mates, wir sind hier mit der Crew auf einer neuen Seite, wirklich, wirklich neuen Seite unterwegs. Und werden hier ein bisschen reingeendet und ganz gediegen, ja. Wir haben hier den ein oder anderen Kandidaten mit dabei. Hier der Giorgio, der hat sich wieder gemutet. Und, äh, ja. Also, ich geh direkt rein mit 5 Dollar. Join round. Ich geh auch ganz gediegen. Heute ist das Motto, heute ist das Motto, mal ganz gediegen gamblen. Ganz wenig. Oh, Onsinn. Ihr habt die letzten Videos gesehen. Da ging's auf jeden Fall. Gut, gut in die Hose. Ich hab 18 Giorgio, Alter. Ja, Giorgio, was geht ab, Jungs? Ey, geh locker mit 20, 30 rein. Hä? Ne, wir werden heute, äh... Ne, ich werd heute nicht so high reingamblen, ja. Also, das macht ja überhaupt keinen Sinn sonst. Das ist der ganze Spaß heraus. 15 Sekunden. Abfahrt. Toll. Jetzt hab ich schon meinen fetten 25 Dollar Skin ready. Lol. Mann, Alter, mein Handy ist zu langsam. Da ist noch einer mit 14. Haha. iPhone. Samsung hat gar keine Probleme. Oh, klar, gediegen gamblen, sagt er. Ja, ich wollt mich auf den Giorgio vorbereiten. Wer konnte ahnen, dass der nicht zu spät reinkommt? Guck, der hat auch die gleiche Waffe. Der hat die gleiche Waffe reingepackt. Ich wusste. Ich wusste. Ich wusste. IJAY! Wie viel hab ich denn gewonnen? Wie groß war der Pott? Äh, der nächste Pott ist schon... 51 Dollars. Der nächste Pott ist schon direkt am Start, Alter. Jaja, der wurde schon aufgefüllt, während der andere am Laufen war. Mhm. Schön. Troni, du dumme Fotze. Oha. Oha. Na, 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 du bist aber ganz schön zu heizig, Freundchen. Digga, aber das ist auf jeden Fall jetzt auch schon wieder die Werbung weg. Für die Werbefreundlichkeit. Da machst du nix, Digga. Gell? Ist direkt schon wieder gelbes Zeichen, Inc. Da müssen wir wieder überprüfen lassen von Hand. Und die Mitarbeiter werden sich natürlich das ganze Video anschauen. Grüße an die Mitarbeiter. Kommt mal rein jetzt hier, Jungs, Alter. Ja, ich bin ja auch schon unterwegs, aber... Nee, mit dem Handy annehmen. Darf ich's noch? Wo steht eigentlich, wie viel Prozent man hat? Ich weiß auch nicht, ob ich's noch scha... Oh, Mann, ich komm's wieder nicht rein. Das ist einfach so schnell. Doch, ich hab's noch reingeschaut. Nee, das ist im nächsten Pott, oder? Bin ich im nächsten Pott? Oh! Der Pumse hat's, Alter! Der Pumse hat's einfach! Der Pumse hat's einfach! Der Pumse hat's einfach! Der Pumse hat 46 Dollar Pott! Der Pumse geht, Digga! Leben auf Limit! Oh, nice! Nice, geil! Oh Gott, waren da viele Kisten drin! Alter, waren da viele Kisten drin! Lecker! Alter, irgendwer hat hier zu viele Sticker, Alter! Ey, ich hab hier auch so viele Sticker und Kisten drin beim Trade-Offer! Oh, ich weiß schon, dass ich gleich down bin! Die Runden gehen aber echt flott, Alter! Ja, ich hab echt flott! Ja, komm! Jetzt hab ich das Gefühl, jetzt muss ich auch mal das Ding gewinnen, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Gott! Ey, jetzt knallten da so viele Sticker rein, Alter! Guck mal! Hier gibt's euer Lieblings-Smiley, George! Kannst du dich noch an den erinnern? Von Insta? Komm schon, ich bin doch rein! Ey, geht mit 55! Wo? Wo stehen die Prozente? Jawoll! 122 Dollar, Alter! Komm schon! Wo bin ich? Ich hab 22 Dollar! Komm! Komm! Na! Oh! Jawoll! 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 Easy! Doppel-Mittelfigge an euch! Juhu! Ey! Ey, die Pots eskalieren hier ziemlich, Alter! 18 Prozent! Oh! Mm! 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 Mw critter! Ich hab noch 20! Ja, Alter, ich war auch gerade mit 22 drin! Hab hier ein 144-Dollar-Pod gewonnen, ja! Aber ihr könnt natürlich nachher auch noch ein Coin Flip zimmern! Coin Flip guck ich mir hier nachher, nehm ich auch noch ran! Tja, ich geh jetzt mal ganz gediegen mit 15 Dollar rein! Boah! Das hört sich schon besser an! Da bin ich drin, Alter! Da bin ich drin, Freunde! Oh! Ja, ich komm nur mit Asimov rein! Also drunter gamlen geht gar nicht! Das ist natürlich Ehrensache, Alter! Ich ziehle deine Asimov jetzt ab, weil der Mac 10! ist sowieso die beste Wache. Komm jetzt bitte lass mich mal gewinnen ey. Oh Mann wie viel Zeit. Der Max-Sven. Der Max-Sven 33. Grüße gehen raus an Sven. Ja ich bin noch reingekommen. Richtig Bock Alter. Ich bin noch reingekommen. Komm schon. Komm das wird doch ein Pod für den Kno. Aber ich küsse dein Auge. Oh aber ich muss sagen beschweren kann ich mich da eher weniger. Ich habe ja schon einen leckeren Pod gewonnen. Ihr könnt auf jeden Fall auch einen Daumen hoch da lassen wenn ihr mal sehen wollt wenn wir High-Gamblen ja. So alle zusammen. Wäre ja auch mal eine coole Sache oder? Ja oder. Ja. Was? Hallo? Bei Ordentliches Likes machen wir mal so eine Runde geht jeder mit 500 Dollar rein oder? Ja. Nee. Komm mit mir. Okay komm. Komm machen wir. Hand drauf. Okay alles klar. Hand ist drauf. Okay. Fumse hat sie hingestreckt als allererstes. Ey halt stopp. Ganz gierig wollte er seine Hand hergeben. Wenn ich mitmache das ist kein Ehrenmann. Ei aber Fumse hat ja auch schon gut gewonnen muss man sagen. Auch Mann ich bin jetzt erstmal dabei in die nächste Runde reinzukommen. Es geht hier echt flotti Karotti. Der hat gerade gewonnen. Digga Team Jupiter. What the fuck. Nee Pascal Kevin hat gewonnen oder? Ja. Ist dasselbe. Pascal und Kevin Digga. Kommt mir irgendwann mein Coinblip. Ich komme in dein Coinblip. Aber erst nachdem. Okay. Ah wenn man hier Coin. Boah das ist geil. Doch ich komm rein. Wenn man hier einen Coinblip aufmacht wird automatisch in deinem Inventar alles aussortiert was zu niedrig oder zu hoch ist. Sondern es werden dir nur Sachen angezeugt mit denen du auch reingehen kannst. All das finde ich. Das wusste ich Digga. Ich habe mich halt mit der Seite beschäftigt bevor ich das Video gemacht habe. Das finde ich nice. Finde ich aber krass dass du es nicht gemacht hast Digga. Nö ich dachte es ist hier so ein äh. Ja da merkt man. Aufsache ein Cache da muss ich dich mit der Seite beschäftigen. Alles klar Bruder. Einwandfrei die Seite. Das wusste du da. Direkt auf den ersten Blick habe ich das gesehen. Oh der Jackpot ist auch drin Digga. Das ist doch ein aktiver Zuschauer. Oh Coinblip geht los. Oh nein. Den muss ich mir aber jetzt gönnen. Ich verpasse jetzt den Jackpot. Komm ich auch. Hast du beides offen? Hä du bist noch drin? Ja ja ich bin drin. Aber ich bin eigentlich. Nein der gewinnt schon wieder. Wer? Ja du. Ja ich habe meinen Waller gewonnen. Chris ich gönn mir meinen Coinflip. Ich gönn mir meinen Coinflip. Oh sind das 122 Dollar auf meinen Dacken? Alter. Sind das 122 Dollar schon wieder? Ach schade stimmt. Ja gut damit kann man auch leben. Die 5 Dollar. Die 5 Dollar gönne ich dir trotzdem Chris. Ja danke danke. Komm danach habe ich nur noch einen Skin. Oh da ist die Asimov. Von wem ist die? Von Cargo? Ja könnte sein. Komm jetzt habe ich eine Chance. Bitte. 11 Dollar wenigstens. Was ist das denn für ein Problem? Birx. Ey. Ich war den. Ich war den. Ich kriegt da einer. Die Birx geht down. Ich habe noch einen Skin. Komm nehmen wir jetzt mal auch hier die kleinen Pimmel Skins. Alter was ich hier gerade wie viele Kiste ich bekommen habe. Holy moly. Der letzte Skin muss es sein. Wie viel hast du noch Birx? 4 Dollar. Oh. Eieieieiei. Auf geht's rein da. Ich bin dafür dass du hier. Auf jeden Fall gleich doch mal. Jeder tut das Ultimum rein was er kann Digga. Ja mach ich doch. 4 Dollar. Einmal. Komm einmal machen wir jetzt gleich mal einen dicken Pot. Du hast jetzt auch paar mal gewonnen. Ja ja. Nächsten Pot machen wir mal. Einen dicken Pot. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Pot Alter. Ich kann nichts sehen. Ich bin hier am Auswählen. 61 Dollar Digga. Come on. Ich will zugucken. Geh weg da. Wer hat den. Ich bin nicht. Was wird sich da nicht gefreut. Ja. 1,5 Prozent. Ja das ist lecker Alter. Das ist lecker. Ja komm wir machen jetzt noch einen dicken Pot. Ich wähle aus Digga. Ich bin schon halt. Ich habe schon was Freddy gemacht hier. Einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch. So ein für die Verhältnisse ist auf jeden Fall schon dick für die Seite. Ja würden wir da jeder mit 10 Dollar reingehen und wäre das auch schon dick für die Seite. Ja aber Digga. Wann gehst du rein? Bin schon drin. Wann geht's los? Äh 27 Sekunden. Okay komm ich noch. Wie viel ist da denn drin Alter. 80. Bis jetzt. Bis jetzt. Ja moin. Was und es geht direkt los? Ach die Items sind voll. Die Items sind voll. Komm bitte den da will ich haben. Bitte. Komm. Komm. Ach man. Ausgezogen. Oh. Der Fumse mit seiner. Sag mal den richtigen Pot für heute Alter. Oh. Wo ist der denn? Wo sehe ich das denn? Da muss ich den traurigen Frost rein posten. Hä? Feels bad. Wie steht das du 61 Dollar gewonnen hast. Ja das war der davor. Warum ist nicht der Pot vom letzten drin Alter. Da kommen denn alle. Ja ist mir egal Digga. Hauptsache der Pot ist da. Hauptsache Fumse geht jetzt rein. Nice. Da ist er auf. Was hast du reingeschwissen wie viel Dollar Crony? 80. Heibt euch rein Alter. Kommt. Ach lecker. Den einen Pot mache ich mit dir noch mit Fumse. Der eine Pot der geht noch. Jawohl. Komm. Ich bin aber immer noch im Plus. Ich habe zwei gewonnen. 80 und 120. Okay ich bin immer noch im Plus auf jeden Fall. Ich weiß nicht wie viele aber wir werden jetzt rechts auf der Seite auf jeden Fall sehen. So ich komm rein. Schaff ich es noch? Ach ne ich schaff es nicht mehr oder? Warte. Warte doch. Lol wie schnell das hier akzeptiert wird. Ja ja. Ich bin auch drin. Ey Fumse wenn du jetzt nochmal gewinnst Alter. Komm. Der raste dich aus. Der raste der. Nein der hat ihn schon wieder. Ey viel Glück kann man den haben in letzter Zeit. Geil Alter geil. Junge 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 Junge. Ja gut. Wir sind auf jeden Fall im Plus. Wir haben Grund uns zu freuen. Eigentlich seht ihr im Plus aus. Ja. Hörst du es in Plus. Und ich bin er in Plus. Erste Ideen ist wieder und Felix ist Ripp und auch noch ein Zehner über. Der hat einfach noch ein bisschen röbel abgezwackt. Nee. Ja doch. Da bist du da noch mal rein. Ja das habe ich aber nicht tot gemacht gerade noch. Ah ja gut. Dann ist Anze Aufbruch. Ja. In diesem Sinne. Ja es muss halt auch Verlierer geben beim Gamblen. Ja das ist ja ganz klar. Ja ja. Ok. Solang es ich nicht bin ist es in Ordnung. Und ja. Richtig. Hörst du. Hallo. Bis Spider-Man und schaut bei den Jungs vorbei, die machen alle YouTube und haben auch alle ein Video dazu bekommen. Tschüss. Schaut unbedingt vorbei. Tschau. Tschüss.